Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Moin Moin! So, heute zeige ich euch mal die mysteriöse Insel. Die liegt ungefähr hier. Die habe ich entdeckt und ich finde die wirklich ein bisschen sonderbar, weil da nicht nur Grashalme rumlaufen und ein paar Bäume stehen. Nein, nein. Die Insel ist einfach cool, weil sie einfach Bock macht zu erkunden. Und die wollen wir uns doch einfach mal angucken, was es denn eigentlich mit dieser Insel auf sich hat. Genau. So. Hoher Wellengang heute. So, jetzt gehen wir rein in School Island. Das ist sie, guck mal. Oh je. Mysteriös, oder? So. Das ist noch alles easy. So. Ich nehme da lieber mal meine Waffe raus. Sicher ist sicher. Was haben wir als erstes hier? Ein bewegbares Boot. Das können wir weghauen. Können wir wegkicken, wenn wir wollen. Huh. Cooler Stand. So. Da ist die mysteriöse Insel. Sieht jetzt noch ein bisschen harmloser aus. Ein paar Mücken hat's. Vielleicht erwische ich eine. So. Und was haben wir denn da? Auf der mysteriösen Insel. Komisches Werkzeug. Und eine komische Schachtel. Was das wohl bedeutet? Ah. Ich brenne. Die mysteriöse Insel. Ah. What the fuck. He he. Oh. PSN-Freund ist gerade abgekratzt. So wie es aussieht. Fabian Herr Baba. Boah. Boah. Eine süffige Matratze. Bierfässer. Oh ne. Das ist kein Bierfass. Das ist was anderes. Was ist das? Kann ich jetzt leider nicht kaputt machen. Das ist ein bisschen blöde. Aber vielleicht bin ich mit dem Ding hier. Draufhauen. Blöde Sache, oder? Hab ich zu viel versprochen? Ah. 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 Oh Gott. Alter. Fabian Herr Baba. Du hast mir vor Angst gemacht. Mann, Alter. Ich dachte, du bist so ein Zombie, oder so. Egal. Äh. Wie kommen wir jetzt hier von der Insel wieder weg? Ist eigentlich ganz einfach. Ich geh da hin. Äh. und mach, äh, ja. Das hier. So. Wir haben mal den leichtesten Ausweg gewählt, weil ich hab keinen Bock jetzt hier runter zum Wasser zu laufen. Und ähm. Nein. Ich bin ja immer noch auf der Insel. Die ist echt mysteriös. Dann müssen wir wahrscheinlich an Anfang gehen. Da, wo das Boot ist. Da, wo ich gekommen bin, muss natürlich auch wieder das Boot sein. Oh, das ist aber schon weit von der Strömung abgetrifftet. Das hab ich meine 500 Dollar, in der ich jetzt umsonst ausgegeben. Ist ja blöd. Oh. Shit, Digga. Der hat eine geile Waffe am Start. Woo. Base Jump. Ne, Wasser. Äh. Wassersprung. Arschbrumbe. Moin, moin. Komm rein. Wird still ein bisschen hier. Hab ein cooles Boot am Start. Der Wellengang find ich so geil. Voll realistisch gemacht von Rockstar Games. Und wo fahren wir jetzt hin? Wir könnten eigentlich mal zum Strand fahren. Aber dort gibt's nicht viel. Oh, was ist denn das? Überall. So. Ich glaub, ich hab was cooles entdeckt. In der Nähe der mysteriösen Insel befindet sich nämlich auch ein sonderbares Fahrzeug. Und zwar dieses coole Wellenfahrzeug. Aber sieht echt klein aus hier. Der Surftransporter. Moin, moin. Komm rein. Schill mal ein bisschen. Boah, geil. Da will ich aber hoch. Kommen wir da irgendwie hoch? Oh, da muss ich hoch. Da muss ich hoch. Da muss ich hoch. Das schaffen wir schon, oder? Oh, ne, das schaffen wir nicht. Das können wir vergessen. Und zwar wollte ich eigentlich jetzt da hochfahren. Ah doch, das können wir ja. Und zwar mache ich zum Abschluss noch einen coolen Facejump von der Brücke. Mit meinem PSN-Freund hier. Und jo. Gucken wir mal, wie das denn alles so endet. Oh, komm schon. Komm, komm, komm. Fahr, 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 fahr. Ah, scheiß Karre. Komm mal mit. Die Karre will immer. 25 PS. Wird ein bisschen zu langsam hier. Jetzt machen wir das so wie auf YouTube. Diese Basejumper. Moin, moin. Moin, moin. Du erwischst mich nicht. Ja, genau. So. Ich würde gerne mal wissen, ob man das eigentlich überlebt hier. So. Brauche ich noch einen Fallschirm. Fallschirm, Fallschirm, Fallschirm. Hä? Bin ich jetzt blöd? Wo ist der Fallschirm? Schnelles GPAs. Inventar, ja. Ah, der Fallschirm. Genau. Ah, 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 du hast mich umgehauen, Mann. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Ich war ein Schockstarre. Oh, wie das heißt. Komm, Fabian, der Barbar, spring! Spring, spring, spring! Vielleicht springt er ja. Komm! Komm, ich glaube, wir müssen ihn anfeuern oder so. Fabian, spring! Fabian, spring! Fabian, spring! Moin, moin, du musst springen! Oder halt nicht. Egal. Auf jeden Fall sage ich tschau, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Let's Play. Euer YouTube Games. Komm auf der Playstation 3. Und ja. Ciao. Ciao. An die Babypille oder was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017